Schön, dass ihr bei uns seid. Ich habe für euch den IME Pearl Styler. Für mich wirklich ein starkes, flexibles Haargel. Ja, bei Tobi ist es so, wie man sieht, das Decker ist ja schon sehr lang und ich möchte hier Haltbarkeit reinbringen, Stand reinbringen. Das ist das, was ich jetzt bei Tobi erarbeiten will. Ja, mein Vorschlag für euch mit IME Pearl Styler. Ich finde es wirklich ein fantastisches Produkt. Ich kann es im Trockenen und auch im Nassen verwenden und im Trockenen, wie ihr seht, ich kann richtig gut föhnen. Das Haar ist immer noch flexibel und kriegt mir dann eine sehr starke Haltbarkeit. Mein Tipp noch, im trockenen Zustand, macht euch IME einfach ein bisschen auf den Handrücken und geht hier in die Kontur oder auch gerade am Wirbelbereich, um diese kleinen Härchen nochmal anzulegen, um hier einfach den perfekten Look zu erzielen. Musik